Also Donald Trump, Recep Erdogan und Wladimir Putin sind sehr korrupte Staatsoberhäupter und bereichern sich sehr stark, was sie nur können. Und dann ist mir Geld entgegen. Und jetzt einer, den ich noch vergessen habe, hat der lustigste Faune, Silvio Berlusconi, war schon richtig korrupt, früh kapitalistisch veranlagt. Und das Beste wäre es jetzt natürlich einfach, wenn diese vier fehlbaren Staatsoberhäupter jedes Geld einfach würde mir überschreiben. Und jetzt muss ich nur noch sagen, ein Dankeschön. Dankeschön.